...dreck. Sprung doch mal an Kopfi. Musst du ihm alles verraten? ...dreck. Jetzt! Hey! Moment. Besser wie beim Präsentieren? Ja! Richtig über uns! Wieder ein Auge! Nur drei wird aus! Das ist so nett! Ja ich bin so nett! Das ist so nett! Da kann man fast nix machen. Das war's schon! Ja, okay. Ist noch alles drin, schau mal, ja. Ich hab' nicht geschaut. Fast. Fast. Ja, schluck. Ist schon okay. Soll ich eine Leibe schließen? Nein. Dann ist doch alles fest in Ordnung. Vielen Dank. Ja, bitteschön. Ja, war ich schon. Da war ich noch nicht. Der Ausfall hilft weh. Ich hab' mir gedacht, ich schau' jetzt mal gleich. Ja, ja, ja. Ich mach' mir noch ein bisschen. Ja, nicht so schnell, das sieht man ja gar nicht. Die Ohren, ne? Eindeutig. Ich mach' grad erst in der Dusche. Na ja. Also, wir sind hier jetzt nicht beim Henkel. Was ist das hier? Ja, ich mach' grad, das äh, ich mach' grad, das ist so schön. Moment, es ist ja... Und Vorsicht! Jetzt brauche ich bitte da noch hinten noch eine kleine... Liene. Ja, eine Liene. Wir müssen vielmals sehen. Ist es gut so? Na ja, es sieht ein wenig unbequem aus. So? 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 Das ist gut. Könnte besser sein, oder? Ja, ja, ja. Einfach eher zu klämen. Jawohl. So. Sehr gut. Ja, da kann ich ja gleich zwei auf einen machen. Das ist super. Die Rückseite nehme ich schon auf. Da habe ich kein Problem. Dann fange ich oben an und gehe dann systematisch nach unten. Das ist, glaube ich, eine gute Arbeit auf Teil. Danke. Ja, ja, das mache ich jetzt nicht so... Also, das ist mal ein Zeichen. Das ist ja fast wie Massage. Mach weiter. Na gut, ich warte dann einfach mal. Ja. Ich glaube, er ist fertig. Okay. Jetzt weiß ich nicht, was ich sagen soll. Also... Aber... Excusi. Ja. Ist aber einfach. Könnte schlimmer sein. Nicht zu schnell. Sammlichst mir so viel. So. Excusi. Eins. Zwei. Drei. Ja, ich mache nicht mehr so lange weiter. So. Drei. Das ist schade. Would you hear me? Ja. Ja, ja. Also, es waren bloß 73. So, fertig. Ich sehe, wie der Schnitt da ist. Ich sehe, wie der Schnitt da ist. Was ist das? Nein! Das ist doch gar nicht! Ich schaue ihn mal. Nein! Es wachnet! Nein!